Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slash-Elchen und ich meinte eigentlich Role-Ronger-Poster-Kaikon-3 Ähm Ja, wir werden heute eine längere Folge machen, da Ähm Jetzt schon 3 Abonnenten, ne? Auf dem Kanal sind Und Ja Vielleicht guckt ihr auch heute auch Ähm, da kommt einer zu So Ähm Kampagne beendet Okay Ähm Ja Ähm So Drehen Bauen wir hier hin Ähm Es gibt so ein neues Luftkatapult Boah, Alter, ich musste nicht einbewitzig haben Wow, hm Sind einfach alles vom Park weg Ich überleg mir das hier hinzumachen Dann hier den Eingang und da den Ausgang So Gucken wir mal So Quatsch Ist hier gleich noch verbessert Neue Appellation Donut Neue Appellation Donut Ähm Ja, natürlich römisch über jeden, der bei meinen Videos zu guckt Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, eigentlich mal FIFA zu machen, weil FIFA gut ist, dass die Tablet ist nicht nervös, das macht jeder Brand, ja, wer ist gut, geht hier, ne? Ja, dann habe ich aber kein passendes Aufnahmeprogramm für das Handy und für mein Tablet, wo ich das eigentlich auch machen könnte, die Kunden, und ja, daher habe ich auch nicht gedacht, ich habe jetzt so auf mein Handy, ja, so einfach mit meinem Handy und zockt halt ein bisschen und da habe ich glaube jetzt auch, er hat auch 91er, Team of the Turnyman, die Bräune gezogen und so, also, Chappie selber und die Baller waren aber auch dabei. Ja, und ich wollte eigentlich noch was zu den Abonnenten sagen, die sind eigentlich bloß wegen einem Menschen hingekommen, ich habe nämlich auf Uri Durst mal so eine, wie heißt denn jetzt, Abstimmung gemacht, ob mich denn jemand von denen halt guckt oder so, und er hat halt bloß Feedback holen, also, warum nicht, oder was stört ihn speziell im Kanal. Dann hat er halt gesagt, was halt nicht sein Typisch, ähm, die Videos und so, ne, er hat aber gesagt, er kann mal den Link, also der Link von meinem Kanal, ähm, weiß ich auf Google Plus, ähm, in die Startseite reinpacken, und ähm, ja, daher denke ich mal, es noch die drei Abonnenten jetzt da, so, ja, das ist auf jeden Fall nice, ähm, dankeschön an ihn. Ähm, wenn ihr bei mir auch auf die Kanäle hinguckt, Kanal Info, glaub oder so, ähm, welche Kanäle beschrieben sind, ähm, da ist er auch drin. Ich würde mal sagen, hallo. Jetzt, wir fahren mit dem Ding. Alles klar. Ja, Mann. Ja, Mann. Wann, ich hab da schild, ey? Alles klar. Ja, Mann. Ja, Mann. Dann hat der Schild, ey. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist das Schild. Nice. Fingt bei diesem Ding. Ja, auf jeden Fall ihr könnt bei dem Inmus einfaschen mit Zung. Sehr gut. Ja, sei korrekt. Das Zung ist oben. Dann hier. Was könnten wir noch bauen? Wir haben 6... Die Zahlen sind immer so doof. 6.924 und 32 Cent oder was immer. Ob es 32 Euro sein sollen. Egal. Ähm. Das ist eigentlich schon nicht. Das ist ein Karossel. Was ist das? Ah, hier sind die Achterbahnen. Ah, die muss man wieder selber bauen. Wohl. Ich würd' sagen. Wir haben ja Zeit in der Folge. Ah, nee, nee, nee. Zurück. Oh, wie kann ich's jetzt wieder bauen? Ah, jetzt. Ja, das geht ja nicht. Ja. Die Verklappe ist nun mega gut. Als nächst nicht weit imagen. Da haben Sie schon mal gelbleden DUU. Da ist nichts. Das werden ich nicht再 ā. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So. Endlich. Wow. Wir nennen es einfach mal. Wow. So. Machen wir überhaupt Kohle eigentlich mit den Geschäften hier? Machen wir mal 1,60. Ach man, ich guck mal. Irgendwie hätte ich Bock, dass wir in die neue Zeit nicht angestellt werden. Es ist immer das so. Wow. Alles klar. Kurz war das Wechselbild. Ähm. Die Tränke. Die haben wir halt eigentlich auch schon eins. Aber... Wir haben eigentlich auch echt viel Platz. Ich weiß nicht. Wir haben eigentlich auch echt viel Platz. Ich weiß nicht. Schauen wir denn nutzen den Platz. Ja. Aber wir bauen doch erstmal einen Weg hier. Ich würde dann... die hier wegmachen. Ich störe nicht. Ich störe nicht. Ein... Nein. Ein kleines... Ich weiß, das ist... Das ist wir an Australel gar nicht ein bisschen vapgen. Nee. Oh Mann, wo kann ich das gucken? Ich habe hier oben. Wenn ich das so mit Eis kann, kann ich Kommentare schreiben. Oh Mann, wieso? Personal, ja. Ich habe hier oben. 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 Ich habe hier oben.